Das mit Kurt hat immer weniger gestimmt. Es hat halt immer wieder wehtan. Immer, wenn ich daran gedacht habe, an den Blondling im Hauseingang und an den älteren Mann im Auto, hat es wehtan. Ich konnte einfach nicht begreifen, warum Kurt das gemacht hat. Und ich habe gemerkt, dass er, wenn ich am Abend nach Hause gehen musste, ich war ja noch nicht volljährig, er noch in Ausgang ist. Ich musste damit rechnen, dass er sich auf jemand anderes einlässt, obwohl er doch erst mit mir Liebe gemacht hat. Möglicherweise noch am gleichen Abend. Es ging lang. Ein schleichendes, langsames Abschleifen. Die Ecken, die so weh gemacht haben, wurden stumpfer. Meine Liebe zum Kurt aber auch. Ich bin einfach nicht mehr fröhlich geworden, wenn ich an ihn gedacht habe. Irgendwann habe ich Schluss gemacht mit dem Kurt, der schon ein bisschen bereuen musste. Aber es war mir trotzdem. Mein Abschied ist schon lange und in Raten passiert. Ich habe gemerkt, dass ich zu dieser Welt aus will und mich lieber nicht nochmals auf einen Mann einlassen. Ich habe ja mit dem Kurt erlebt, wie es in diesen schwulen Paaren zu- und hergeht. Jeder dort hinein hat herumgewohnt und jeder war ständig auf der Jagd nach neuen Abenteuren, auch wenn er gesagt hat, er hätte ihren festen Freund. Alle haben herumgeflirtet, auch mit mir und dem Kurt, obwohl wir ja ganz offensichtlich ein Paar gewesen sind. Die meisten haben sich sogar damit gebrüstet, sie hätten eine offene Beziehung. Das alles hat einen schalen Beigeschmack und das, was ich davon gemeint habe, es sei Liebe, so gewöhnlich gemacht. Ein paar Tage später bin ich mit dem Roten Triumph Speedfire zu Elisabeth gefahren, nachdem er wieder geflickt war und ich am 6.06.1966 die Fahrprüfung bestanden habe. Ich konnte nämlich vor dem 18. Geburtstag nicht warten. Ich konnte, als meine Eltern fort waren, das Prachtsgefährt aus der Garage rausgefahren, um das Waschen zu waschen. Das war der Vorwand. Und ich bin dann mit der nassen Lädersohle von meinen schicken Mocassins ab den Kuppeln geschlüpft und habe ihn mit einem übermütigen Satz in die Zentralheizungsrohre von der Garage hinein gumpen lassen, anstatt zu bremsen. Er hatte nachher nicht mehr eine solche elegante Stromlinienform. Meine Eltern haben zwar geschumpft, aber ihn dann mit Wirr flicken lassen. Eben, zu der Elisabeth bin ich gefahren. Das Hardtop ist in der Garage geblieben und das schwarze Läderverdeck sorgfältig hintergefaltet war. Die Elisabeth hat auch gezögelt, weg von dem herzigen Hexenhäuschen neben dem Schlotterbeck, der verkauft musste, weil die Tante gestorben ist und die Erben sich nicht einigen konnten. Die Elisabeth hat sich offensichtlich gefreut. Ihre tiefblauen Augen waren ein bisschen tiefer als beim ersten Kennenlernen. Jetzt hat das verletzliche Wesen auch noch die Spuren einer tatsächlichen Verletzung gehabt und eine Traurigkeit ist wie ein Schleier drüber gelegen. Auch so etwas wie ein Bitten, ein Bitten um Verschonung und eine gewisse Vorsicht, einen Vorbehalt. Sie hat jetzt mit ihrer Schwester zusammen in einer Zweizimmerwohnung in der EI gewohnt. Jede hat ein Zimmer gehabt. Zwischendrin eine gemeinsame Wohnküche und das Bad. Oje, das Bad mit dem Schlüsselloch, wo ich ihr zugeschaut habe, wie sie masturbiert hat. Aber das gehört noch nicht hierhin. Sie ist mir nur gerade wieder in die Knochen gefahren, wie ein Gespenkst, das aus einem dunklen Hauseingang füren schaut. Aber das ist eine lange Geschichte und die fängt mit dem Wochenende in Davos Platz an, wo wir das erste Mal miteinander geschlafen haben. Was heisst da geschlafen? Das ist eine totale Verharmlosung von dem, was tatsächlich passiert ist. Ich muss tief Luft holen, um diese Geschichte führenzuholen. Also, rot war er mein Triumph. Elisabeth immer noch blond und auftupiert, hat unterdessen auch die Piesse von Coco Chanel getreut, inklusive dem grossförmigen Plastikgoldschmuck, der dazu gehört hat, und ich einen ziemlich engen, dunklen Anzug mit weissem Hemd und einer Lederflüge mit zwei Bänden. Ein schickes, hübsches, junges Paar sind wir gewesen. Fast wie richtig hat es ausgesehen, wenn wir zusammen miteinander in diesem offenen Sportwagen über einen Pass nach dem anderen gefurzelt sind und ein buntes Kopftuch, die fragile Frisur meiner Freundin zusammengehebt hat. Es hat nur noch gefehlt, dass wir miteinander schlafen, so wie alle anderen Pärchen auch. Von aussen hat man uns das ja nicht angesehen. Ich meine, ob wir miteinander schlafen oder nicht. Aber eben, es hat jetzt müssen sein, das haben wir beide gespürt und wie gesagt, das Davos-Platz in einem Wier-Hotel ist es dann auch passiert. Was heisst da passiert? Gemacht haben wir es. Von allein ist überhaupt nichts passiert. Ich weiss heute noch genau, wie das Zimmer ausgesehen hat. Es ist über einem einfachen, nach kaltem Frittieröl schmückenden Restaurant hinter einer schindelbedeckten Fassade mit kleinen, vierteilten Doppelfeistern im ersten Stock gelegen. Gerade, wenn man zur Tür, wo ich zünftig den Kopf anziehen musste, reinkam ist, hat es rechts das entjumpferiges Doppelbett mit einem orangenen Bettüberwurf gegeben. Hellgeile Farbe, die flächendeckend dick und matt übers Holz dafür geschleurte, war, hat es zimmerfreundlich hell gemacht. Auf einem neuen, hellbeigen Spannteppich sind ausserdem noch ein Tischchen mit zwei Stühlen und ein hellholziger, stark maserierter Kleiderschrank mit einem kanten geschliffenen Spiegel in einer Türfüllung gestanden. Wir sind aber, nachdem Elisabeth ihre Reisetasche, den Kleidersack und den Schminkkoffer deponiert hatte, nach Davosplatz geschickt zu Nacht essen. Dann ist der orange Bettüberwurf weggekommen, wir haben uns gegenseitig vorsichtig unter ständigen Küsse abgezogen und sind zwischen die frisch bügelten, leicht kratzigen Stiefel in die Tücher geschlafen. Wie weich hat sich die Haut von Elisabeth angefühlt, wo sie so auf dem Rücken dargelegen ist und ich mit der rechten Hand über ihrem Bauch gestreichelt habe. Sie hat mit ihren blauen, tiefen, jetzt abgeschminkten Augen, unsicher, abwechslungsleins mich und dann wieder die Decke angeschaut. Ich habe mich gewundert, wie die grosse Buse links und rechts von ihrem Oberkörper runtergerutscht ist. Jetzt, wo einen der Schwarze den Triumphbüstenhalter nicht mehr zusammengehebt hat, sind die grossflächigen Brustwarzen ganz weit auseinander gewesen. Ich habe mit der vollen Hand in die Herrlichkeit reingelangt und bin dabei ihrem unsicheren Blick ausgewichen, indem ich sie geküsst und dabei die Augen zugemacht habe. Meine Männlichkeit hat sich geregt, wie gewünscht. Das ist ganz von alleine gegangen. Aber dann ist es ernst geworden. Die Pariser hat es keine gebraucht. Die Elisabeth hat sich von ihrem Doktor schon vor Monaten die Antibabypillen aufschwäzen lassen. Für, wenn es dann so weit sei, hat er gemeint und er dabei auf die jungfräuliche Buse geschaut. Und ein bisschen vorgeschafft war es auch schon, weil die OB-Tampons schon den Anfang gemacht haben, hat die Elisabeth verlegt. Es hat schon ein bisschen wehgemacht, den ersten Tampon einzuführen. Also, ganz jungfrau sei sie nicht mehr. Aber es hätte sicher noch einen Rest vom Jungfrauhäutchen rum. Das hätte der Doktor gesagt. Und es mache nichts, ich solle rum. Und ich kann den auch. Ganz vorsichtig. Und dabei immer wieder gefragt, ob es wehge. Sie hat immer wieder Nein gesagt, aber ihr Körper hat eine andere Sprache geredet. Sie ist ganz steif gewesen und hat immer wieder schreckhaft sich zusammengezogen, wenn ich eine deutliche Bewegung gemacht habe. Mein Gleizek ist halt auch so gross, hat sie gemeint. Das mache ihr schon ein bisschen Angst. Und so habe ich mich dann auch nicht getraut, die ganze in sie einzudringen, nur so bis zu der Hälfte und dann halt wieder raus. Es hat nicht viel gebraucht. Die Sensation war zu gross. Obwohl ich mich mit vorsichtiger Bewegung zufrieden geben musste, konnte ich mich nicht lange zurückhalten. Ich bin schon enttäuscht, dass es so schnell vorbei war und mir gedacht, es wäre dann schon besser, wenn wir uns daran gewöhnt haben und ich ganz easy hinein durfte. Aber eben, dann war es vorbei und wir sind nebeneinander gelegen. Es sei gar nicht so schlimm gewesen, hat sie gemeint. Wir haben uns festgehebt und gerne gehabt. Ich glaube, wir sind beide froh gewesen, dass es jetzt passiert ist. Auf jeden Fall waren wir am anderen Morgen ganz lieb miteinander. Es war eine Mischung zwischen Verliebt Sein und Dankbarkeit. Wir haben uns beim Zmorgen Essen immer wieder bei der Hand gehalten und tief in die Augen geschaut und einen Moment aufgehört zu heuen dabei. Dann mit einem Lächeln weiter gehauen und die Hand losgelassen um das Semmel weiter mit Butter und Konfit zu bestreichen und noch mal einen Kaffee einzuschenken. Jetzt hat es gestimmt, das Bild, das wir abgegeben haben. Ein schlafen hat und weiter miteinander schlafen wird. Es ist so etwas wie ein Glücksgefühl in mir entstanden. Und ich hatte recht. Die Elisabeth hat sich daran gewöhnt. Ich habe bald gemerkt, wie das funktioniert und dass wenn ich genug lange lieb war, sie auch aufgegangen ist, ganz weich und offen worden ist, alles ganz wie von allein gegangen ist, es offensichtlich war, dass es auch ihr gut tut, wenn ich so ganz tief in sie reinkomme. Wir haben gegenseitig mit den Händen, aber auch mit den Lippen unsere Körper entdecken, einander gesagt und zeigen, wo es besonders schön war, berührt und gestreichelt zu werden und wo am meisten Lust entstanden ist. Ich habe mich gelernt zurückheben und habe mich nicht gerade abgewendet, wenn es fertig war. Wir haben miteinander zu sprechen über das, was wir gelesen und gehört haben, über Vorspiele und dass es wichtig sei für die Frau und dass der Mann warten auf sie und nicht einfach darf ich sich an ihrer befriedigen und sich umdrehen und einschlafen. Oswald Colle sagte es auch mal so gesagt. Und ich bin ein zärtlicher geduldiger und virtuoser Liebhaber geworden. Das hat viel Zeit gebraucht und weil es viel Zeit gebraucht hat, ist es manchmal auch ziemlich spät geworden. Als es wieder mal so spät geworden ist und ich müde war und auch ein bisschen zu viel Alkohol hatte, rief ich nach Hause an, um zu sagen, ich heimte heute Nacht nicht nach Hause. Das kam dann ganz schief bei meinem Vater. Das kam überhaupt nicht infrage. Ich hörte Brüllen im Hintergrund, weil meine Mutter am Telefon war. Ich müsse gar nicht mehr nach Hause kommen. Wenn ich mich das getraue, hat meine Mutter getreu wieder gegeben, was ich sowieso schon gehört habe im Hintergrund. Er hat ja genug laut gebrüllt. Dafür ist die Stimme meiner Mutter immer leisiger und verzagter worden. Auf jeden Fall bin ich nicht nach Hause, erst am anderen Morgen und auch das nur um die nötigsten Sachen in meinen roten Triumph Speedfire zu laden. Es ist gerade ein eigenartiges Gefühl von Erleichterung, Freiheit und doch ein bisschen Angst vor dem, was jetzt angefangen hat. Als ich über die damals nickelnagelneue Europa-Bruck mit dem vollbepackten Auto zurück zu Elisabeth gefahren bin und ein Zimmer zu suchen konnte, das ich als Meldeadresse angegeben konnte. Denn ganz bei ihrer Wohnung das gebe ich nicht. wegen ihrer Mutter, die immer noch wie eine Furie gegen unsere Beziehung gewittert und geschumpft hat. Ich erinnere mich noch genau an die Szene, wo wir sie das erste Mal in Winterthur Wülflingen besuchen Sie war seit etlichen Jahren Witwe. Ihr Mann ist gestorben, als die beiden Mädchen noch ganz jung waren. Und sie hatte wieder einen Freund. mit dem hat sie jetzt im Hoch Parterre in einer Einzimmerwohnung mit Balkon und einem halb runtergelahenen Sonnenstorren gewohnt. Am meisten Eindruck hat mir gemacht, dass Elisabeth erzählt sei so ein rücksichtsvoller sei. Er hatte sich jeden Abend zuerst rassieren, weil ihre Mutter eine empfindliche Haut hat und sofort wund. Wenn man sie angeschaut hat, hat man das auch geglaubt. Sie war tatsächlich von einer zarten, blonden, rosa Üppigkeit die Mutter, die in ihrer Fülle beeindruckend war. Und man hat sich gut vorstellen dass da der rauche unrasierte schwarze Mannenbart von dem eher schmächtigen Mann überall sofort empfindliche rote Reizungen hat bosken. Das ganze Zimmer war voll von diesen Fantasien über die Reizungen die wir untereinander die Batisserie die Elisabeth und ich mitgebracht haben verteilt haben. Vor allem das mit dem giftigen gelten Zuckerguss zugedeckten und mit feinen Schokoladenfäden verzierten Zitronenschiffchen die zukünftige Schwiegermutter genüsslich in ihrem Rosenmühli zwischen ihrem Doppelkini und dem leicht geröteten Stubsnäsli innen geschoben hat. Ist mir in Erinnerung geblieben und lasst mir heute noch das Wasser im Mühl zusammen laufen weil die Geschmacksnerven auf die leicht giftige Zitronensäure gemischt mit dem übersüssenen Zuckerguss wartet. Es war ganz nett an dem kurzen manchmal von peinlichem schwiegen erfüllten sonnigen Nachmittag mit Geschirrklapper Schwarztee mit Milch und Zucker unsicheren Blick zwischen Elisabeth und mir und dem totalen Schwiegen von dem unscheinbaren Mann mit bläulich schwarzen Bartschatten im bleichen Gesicht neben dieser beeindruckenden Mutterfülle. Ganz nett war es. Kein Wölkli an der weissen frisch gestrichenen Decke und wir sind dann auch heim mit dem Gefühl es sei jetzt alles gut. Es ist ja auch gar kein Problem zur Sprache gekommen. Eigentlich haben wir ja aussert möchtest du auch noch einen Tee mit Milch und Zucker und wer isst denn jetzt die dreifohrige Patisserie noch gar nichts miteinander geredet worden wenn man die Begrüssung und das Adieu sagen wegläht. Aber so gut wie wir es gern gehabt hätten wo wir im offenen roten Triumph wieder Zürich wert gefahren sind ist es eben doch nicht gewesen. Sie hat darauf gewartet bis sie gewusst hat dass Elisabeth allein war und dann hat sie ihren am Telefon eine regelrechte Szene gemacht und über mich geschumpfen dass Elisabeth ganz rot berühlte Augen hatte wo ich wieder gekommen bin das nicht nur einmal nein immer wieder in regelmässigen Abständen das hat seine Wirkung gehabt auf einer ganz intimen Ebene Elisabeth hat Orgasmus Schwierigkeiten bekommen das heisst sie hat überhaupt keinen Orgasmus mehr bekommen Ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt Sie hat nämlich immer so getan als ob hat sie mir später gestanden Gemerkt habe ich etwas ganz anderes Es ist mir aufgefallen dass Elisabeth manchmal wenn wir miteinander geschlafen haben nachher wenn es vorbei war aufs Abend und ganz lange nicht gekommen ist ich weiss gar nicht warum aber irgendwann habe ich mich gefragt was sie dann so lange mache auf dem Abend und ich bin schauen durchs Schlüsselloch und da habe ich es gesehen sie hat masturbiert sie hat sich selber befriedigt ich bin ganz tief hinein verschrocken und mir sofort als totaler Versager vorkam das was ich ihr gebe das reicht nicht habe ich gedacht wie ein geschlagener Hund bin ich zurück in mein Bett und habe mich schlafend gestellt wo sie dann zurück kam ich habe mich auch schlafend gestellt wenn ich später gemerkt habe dass das Bett so komisch gewackelt hat manchmal wenn sie meint ich schlafe immer wieder ist es vorkommen habe gemerkt dass sie im wahrsten Sinn vom Wort hinter meinem Rücken masturbiert und einmal bin ich daran verwacht dass sie so komisch geschnuff hat ich habe mich umgedreht und im halbdunkeln gesehen dass sie sich mit einem Hals Tuch selber würgt da endlich haben wir miteinander darüber reden sie hat mir unter Schluchzen erzählt dass das mit ihrer Mutter sie so plage und dass sie da keinen Orgasmus mehr bekommen wenn wir miteinander schlafen dass sie mir das immer vorgespielt habe damit ich nichts merke und dann halt selber fertig mache fertig machen hat sie dem gesagt und einmal da habe sie sich im Bad im Spiegel ins Gesicht geschaut dabei und sehe wie sich das zu einer Fratze verzogen habe beim Orgasmus und das sei so eingefahren hat sie in meinen Armen ich weiss nicht wie viel ich damals davon begriffen habe vor allem bin hilflos worden aber gleichzeitig unter Druck gekommen ich habe ihr versprochen dass ich mir mehr Mühe gebe und wir haben uns miteinander Mühe gegeben zu machen dass sie mit mir zusammen einen Orgasmus haben und nicht mehr allein hat fertig machen das war gar nicht einfach gewesen geschaffen habe ich jetzt nicht mehr bei meinen Eltern da ist mein Vater konsequent gewesen nicht mehr zu Hause heisst auch nicht mehr im Geschäft Punkt der Chef von Elisabeth der Herr Frank Junior weil auch da es wie den New Yorker einen alten Herr Katz auch einen alten Herr Frank gegeben das hat anscheinend zu einer jüdischen Familie gehört hat verbarmen mit ihr sie hat ihm gefallen und ich in die APCO AG die Apparat dekonstruktions AG die UR Vertretung hatte auf dem Büro arbeiten am Telefon mussten wir auch buchstabieren wenn jemand das Gerät einschicken zur Reparatur dann haben wir immer gesagt sie sollen Anna Peter Cesar Otto AG schicken und genauso ist es dann manchmal auf dem Paket auch gestanden der alte Herr Frank hat immer einen stinkigen Stumpen im Mundwinkel gehabt hat den Rauchfahnen hinter sich nahezogen und verdriesslich gesagt wenn er einen Ordner nicht gefunden hat wo er gemeint hat dass er stehen sollte es ist unglaublich wo es ein Loch hat stecken sie in Rhein was bei Elisabeth und mir das Kichern ausgelöst hat was im breiten Rücken abgeprallt ist ich habe Unmengen von gelten Lieferschein und weissen Postetiketten geschrieben manchmal bis weit in die Nacht wenn sich die Reparaturen angehäuft haben aber wir sind zusammen waren Elisabeth und ich jeden Tag fast 24 Stunden dann haben wir gezogen zusammen ins gleiche Haus sie hatte auf dem gleichen Stock eine Einzimmerwohnung mit Küche und ich ein paar Türen weiter vorne ein Zimmer mit einer Dusche über dem Gang ich habe das Zimmer aber nur gebraucht um meine Kleider da zu haben und mich am Morgen duschen gelebt haben wir eigentlich in ihrem Zimmer was etwas grösser war und eine Küche und Dusche hatte mit meinen Eltern haben wir uns unterdessen versöhnt die haben von Oberengstirne nach Würlos gezogen ihres ersten Einfamilienhaus und wir sind da manchmal zu besuch gewesen eine gutbürgerliche Idylle wie es im Büchli steht und die ersten Coda Color Bildchen mit dem unverkennbaren Blau und Braun Stich zeigen dann auch zum Beispiel zwei elegante Damen in Deux Pièces Meine Mutter beige und Elisabeth dunkelblau mit weissem Bubikrägli Beide haben eins knie leicht vorgeschoben mit genau richtiger Rocklänge je eine Hand am schwarz lackierten Schaukelstuhl der zwischen dinnen steht mit Gogo drauf einem schwarzen Königsbuddel der übrigens wegen Gogeli Margot Katz so geheissen hat und von mir zärtlich Gogeli gerüft worden ist Dann auch ein Bild der Jungversprochenen Elisabeth und mir wo meine Mutter darunter sein Fotoalbum geschrieben hat Peters erste Verlobung die Idylle ist also perfekt gewesen aber eben aussen durch innen hat es etwas anders ausgesehen das Orgasmus Problem ist geblieben immer öfter und immer länger ist es vorkommen dass ich mich an Elisabeth abgemüht habe Entschuldigung der Ausdruck aber es stimmt ich habe mir eine unglaubliche Mühe gegeben und sie sich auch immer wieder hat sie gerufen ja jetzt hör nicht auf und dann ist merkbar die Spannung wieder zusammen geredet anstatt zu einem Höhepunkt gekommen und mir hat Zungen weh getan wenn ich mich mit ihrer Vagina und ihrer Klitoris abgemüht habe oder mir hat den Arm weh von all den gestützenden über ihr wir haben richtige Strategien entwickelt sie hat mir gesagt dass sie es viel spannender finden draussen in der Natur auf einer Wiese oder im Wald wenn man immer damit rechnen dass jemand komme es ist mir zumal der Zusammenhang nicht eingefallen zwischen dem Zimmer wo die Mutter immer durch mussten und der Situation in der Öffentlich Zeit sein wo doch immer jemand hätte kommen wir haben zwei Wulledecken und Picknick in Triumph geladen und sind mit dem roten Gefährt in die grüne Natur raus gefahren immer und immer wieder haben wir auf Feld nach Plätzen gesucht um miteinander zu schlafen und tatsächlich manchmal hat es funktioniert aber ganz sicher bin ich nie mehr gewesen ob sie jetzt spielt um mich nicht zu enttäuschen oder ob es wirklich gestimmt hat wir sind so lange auf Feld weg rumgerumpelt bis einmal beim runterfahren in einem rang die Radaufhängung vom vorderen rechten Rad kaputt gegangen ist und der Triumph rechts in die Knie es hat eine grössere Reparatur gegeben nicht auszudenken was passiert wäre hätte die Aufhängung auf der Autobahn gehen und da ist es zum zweiten mal passiert das mal nicht mit einem silberigen Freundschaftsring den Kassier in Migros gleich hatte sondern mit dem roten Triumph Speedfire unten auf der Strasse ist nämlich ein zweiter gestanden manchmal nur ein paar Autos weit unten oder oben irgendwann habe ich durch Zufall gesehen wie ein blonden junger Mann aus dem Auto ausgestiegen ist bevor wir her gelaufen ins gleiche Haus hine formiert Stegel darauf und da habe ich Gas gegeben und ihn eingeholt auf gleicher Höhe habe ich ihn angesprochen er er hat das gleiche Auto wie ich tupfe genau das gleiche Auto und wir haben zusammen herausgefunden dass man nicht nur das gleiche Auto sondern auch das gleiche Zimmer wie ich hatte nur einen Stock weiter oben und dass er Walter heisse und ich Peter das hat gelang es hat gelang zum Einhängen so viel Übereinstimmung das hat kein Zufall sein das hat etwas bedeutet hat mich gedungt ist mir rein hat sich fest gesetzt es ist das Gefühl auf da könnte jemand sein der genau gleich ist wie ich selber jemand wo gleich funktioniert das gleiche gespürt wie ich wo es ganz einfach wäre mit Liebe zu machen nicht so wie mit Elisabeth jemand wo ich genau wisse wo und wie zu streicheln zu lieb kosen und zu reizen jemand wo ich ganz genau würde gespüren wo das er ist mit seinen Gefühlen und mit seiner Energie wo ich ganz sicher zu einem Orgasmus führen und zu was für heim hat sich immer mehr in meinem Hirn fest gesetzt mein körper hat angefangen eine Chemie zu entwickeln Säfte auszuschütten die Säfte die Sehnsucht erzeugt die körperlich spürbar wird die in dem Magen gegen sitzt wie ein eingeschlossenes zusammengerolltes Tier das am Herz wie ein Kettenhund Ich Ich kann gar nicht anders können immer wieder ist meine Aufmerksamkeit zum Feister aus wenn ich bei Elisabeth war hat Ausschau gehalten nach dem zweiten roten Triumph Speedfire wo unten parkiert wird nach einem blonden jungen Mann der wie ein gummiböll elastisch aus diesem niedrigen Gefährt raus spickt und mit leichtem Schritt aufs Haus zu läuft aufs Licht das im Zimmer angezündet ist oder nicht das Haus war nämlich leicht abgewinkelt und man hat von Elisabeth ihrem Zimmer aus meins aber auch Walter sein Feister gesehen immer wieder und immer öfter ist mir während dem ich mit Elisabeth Liebe gemacht habe den jungen Mann in Sinn gekommen und das Gefühl mit dem wäre das alles dann überhaupt nicht so kompliziert es ist so quälend gewesen wie Elisabeth sich Mühe gegeben hat einen Orgasmus rüber zu es ist so anstrengend gewesen nicht aufzuhören in der Hoffnung dass es dann schon passiert weit über das auszugehen wo ich eigentlich Lust dazu hätte aus Rücksicht auf sie aus Liebe zu tun weil ich ihr etwas an will zu lieb tun es ist eine ungeheure Enge entstanden in unserer Beziehung sie hat gar keine Möglichkeit mehr selber fertigen zu machen zu masturbieren wir haben ja darüber geredet und sind der Meinung waren wir wollen versuchen das miteinander zu lösen ich habe mich verpflichtet gefühlt ihnen dabei zu helfen und habe mir auch alle erdenkliche Mühe gegeben habe mich aber immer mehr von mir selber und von dem was ich eigentlich brauchte hätte entfernt es ist auch so eng geworden weil wir ja praktisch 24 Stunden am Tag zusammen waren wir zusammen gearbeitet im gleichen Geschäft haben über den Mittag zusammen gegessen sind abends in das eine Zimmer von ihr haben miteinander im gleichen Bett geschlafen ich bin ja wie gesagt nur in mein Zimmer Kleider holen oder mich duschen und umziehen geschlafen haben wir immer zusammen und miteinander immer öfter habe ich mich dabei ertappt dass ich auf den Bettkanten am Fussende gesessen bin und abends darauf gewartet habe bis Licht im Walters im Zimmer angeht immer öfter ist es vorkommen dass Elisabeth und ich gegeneinander angefangen zu gifteln mit kleinen unbedeutenden Sachen und dann ist es stundenlang stumpfes schwiegen entstanden wo alle Gefühle von Liebe und Zuneigung drin erstickt sind immer öfter ist es passiert dass ich in mein Zimmer schlafen ein schmals Bett auf einem grauen spannteppich mit holzimitierendem dunklen kunststoff überzogene billigste Möbel von einfacher unglaublicher Lieblosigkeit ein Nierentischli und ein niedriger völlig unpassender Sofastuhl mit grobgewebtem krokodilgrünem schon leicht schmuddelgem Überzug ein fast quadratisches Zimmer mit einer Tür und einem zweiflügeligen Feister mit orangen Vorhäng und einem Holz rausverstoren zum runterzuholen wo man den untersten Drittel hätte rausklappen Hier auf dem Bett bin ich dann gelegen einen Plattenspieler nebenan und habe Musik gehört immer wieder die gleichen paar Schallplatten und Karl Jaspers gelesen Diese Bücher hat mir Tante Clara geschenkt Einführung in die Philosophie und die massgebenden Menschen Jeden Ton Jeden Text Jede Harmonie Jeden Kratzer Jeden Satz hat sich mir eingebrennt Ist in meinem Hirn abrufbar worden Auch wenn die Musik nicht mehr gelaufen ist Und beim Jaspers hat mir am meisten Eindruck gemacht Dass die nächste Revolution keine Blutige mehr wird sein Sondern eine im Geist der Menschen Das hat mich tief berührt Und immer eine grosse unbestimmte Hoffnung geweckt die bis heute geblieben ist Und die Lieder haben von Liebe gehandelt Von einer idealen Liebe wo alle Seelzüchte erfüllt werden Auch die Hoffnung ist geblieben Bis heute 20 bin ich damals waren Die Türe habe ich meistens einen Spalt offen gelassen zum gehören was draussen im Gang gelaufen ist ob er draussen im Gang die Stegen aufkommt, der Walter. Und er ist gekommen. Ich habe gehört, wie er im Stock über mir die Türen aufgemacht hat und im Zimmer rumgelaufen ist. Da habe ich all meinen Mut und eine Flasche Wein, die ich schon lange in meiner Ecke stehen hatte, genommen und bin hoch. Ich habe gehört, dass er nach Hause gekommen wäre. Und habe da noch eine Flasche Wein, ob er sich erinnere, wir hätten das gleiche Auto und uns schon mal gesehen im Stegenhaus und ob er Lust hätte, mit mir ein Glas zu trinken, habe ich ihn gefragt. Und er hat nicht Nein gesagt. So sind wir dann in seinem Zimmer gesessen und haben gesprochen miteinander. Ich habe ihm von Elisabeth erzählt. Und als die Flasche leer war, hatte er auch noch eine. Die Gespräche sind immer intimer geworden. So intim, dass ich schlussendlich von Elisabeth ihren Orgasmusschwierigkeiten erzählt habe. Und er von seiner Freundin, die nicht mehr mit ihm schlafen will und sich anfängt zurückzuziehen. Blonde Krüseli. Ein eher frierschrötiges Gesicht von einem Aargauer Bauernsohn. Blaue Augen, nicht so tief wie die von Elisabeth, ein bisschen härter und bestimmter, zielgerichteter. Ein markantes Kini mit einem Grüebeli. Ein blonden, zweitagebart, der einen goldigen Schimmer über die gesunde Gesichtsfarbe zaubert hat. Eine kräftige Halspartie ist eine grosse Faszination ausgegangen von dem jungen Mann. Da habe ich mir angefangen zu erzählen, dass ich auch schon mit Männern geschlafen habe. Der arme Kerl hat tapfer zugehört und ich habe alle Register gezogen, wo wir zur Verfügung gestanden sind, um es schmackhaft zu machen. Er soll das doch auch mal probieren. Das sei nach meiner Erfahrung viel einfacher. Weil ein Mann wüsse ich doch ganz genau, was ein anderer gespüre, wenn man ihn wo anlange. Da gäbe es nicht so viele Unterschiede wie mit einer Frau. Man merke doch auch besser, was den anderen errege und könne genau das machen und geben, was die Lust noch mehr steigere. Ich glaube, ich habe einen zünftig den Kopf verdreht. Auf jeden Fall ist er nach langem Zögern und Hin und Her einverstanden gewesen, sich von mir einzusäufen zu lassen. Nicht nur sinnbildlich, nein, in seiner Dusche über dem Gang. Er wollte allerdings die Badehose nahe halten, aber sonst hat er brav und ein bisschen verlegen angehebt, wo ich ihm den Rücken, den Bauch und vor allem seine tatsächlich blond beharrten, stämmigen Bauernsohnbeine sorgfältig, zart und sensibel bis leidenschaftlich ausführlich eingeseuft und wieder abgespült habe. Abgetrocknet und wieder im Zimmer zurück ist dann die letzte Hülle auch nachgefallen. Jetzt hat er nur noch den Vorbehalt gehabt, er will keinen Orgasmus bekommen. Das sei ihm zu gefährlich, er will ja nicht schwul werden. Ich habe das zwar nicht recht begriffen, aber ich bin ein sensibler Mensch und darum habe ich auch das respektiert. Auch wenn er fast verzipfelt ist von Lust unter meiner Fingerfertigkeit. Er ist dabei geblieben und ich habe ihn dann allein gelassen und bin brav in mein Zimmerchen runter. Von da ist er mir ausgewichen. Ich bin ihm nie mehr begegnet. Aber für mich ist es klar gewesen, ich hätte doch lieber wieder einen Freund gehabt als eine Freundin. Und das habe ich Elisabeth auch erzählt. Sie hat ja gewusst, dass ich Kurt kennengelernt habe zwischen unserer ersten und der zweiten Geschichte miteinander. Sie ist zwar traurig gewesen, aber irgendwie hat sie das schon begreifen. Es hat noch einen verzweifelten Versuch gegeben vor ihrer Seite. Sie hat auch mit mir duschen. Vielleicht helfe ihr das, endlich wieder mit mir zusammen einen Orgasmus überzukommen. Wenn es probiert, weiss Gott mit viel gutem Willen von beiden Seiten. Aber eben, es gibt Sachen, da nützt den Willen nicht viel. Und nach einer Gewaltsanstrengung und allen uns zur Verfügung stehenden Raffinessen, haben wir beide enttäuscht aufgegeben. Das klingt jetzt so trocken und kalt schnäuzig. Aber es ist uns beiden Hunde Elend dabei. Und wir sind traurig schlussendlich in ihrem Bett, erschöpft, mit dem Gefühl eingeschlafen, dass alles gar keinen Wert mehr hätte. Ich habe von dort an allein in meinem Zimmer geschlafen und meinen ersten Migränen Anfall gehabt. Ich bin mitten in der Nacht davon verwacht. Noch nie in meinem Leben habe ich so einen Schmerz empfunden. Es war, wie wenn jemand ein Speer oben rechts in die Schädeldecke gerammt hätte, bis er zwischen den hintersten beiden oberen Zehen wieder rauskommt und dann nicht einmal ruhig halten, sondern ständig ruckartig bewegt. Das rechte Auge wurde ganz rot. Es hat bis in die nassen Wurzeln aber wehtan und ich habe vor lauter Schmerz angefangen den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Nur damit ich etwas anderes gespürt habe. Verzweifelt bin ich zu Elisabeth über habe sie geweckt und gefragt, ob sie eine Kopfweh-Tablette hätte. Sie gab mir eine und ich durfte meinen gemarterten Schädel in ihrem weichen Schoss vergraben, jammern, heulen und mit den Beinen bis es nach einer Stunde nachgelassen. Jahrelang begleitete mich dieses Leiden. Später habe ich erfahren, dass man dem Cluster Headache oder Hortonsche Kopfschmerzen sagt. Aber damit hatte es zwar einen Namen aber nichts von seiner Kraft und Qual verloren. Es kam so, wie es musste. Ich habe Felix kennengelernt. Einfach so, auf der Strasse. Das heisst, das ist nicht die ganze Wahrheit. Auf der Strasse schon. Aber ich habe gesehen, aus einem Biswar gekommen, am Bürkliplatz. Darum bin ich auf ihn aufmerksam worden. Weil ich gewusst habe, dass Biswar ein beliebter Treffpunkt für Männer sind, suchen. Ich bin auf der anderen Strassenseite gesehen, am See. Als er rausgekommen und raufschaut, sah er natürlich dass ich stehenbleiben bin und zu ihm rübergeschaut. Er lief dann langsam gegen die Gäbrücke und ich auch auf der anderen Strassenseite. Als er stehenbleiben ist, um so per Excusi die Aussicht auf der Gäbrücke zu geniessen, bin ich auch stehenbleiben und immer wieder haben wir zueinander übergeschaut. Er war es, der den ersten Schritt auf mich zugemacht hat, das heisst einige Schritte, nämlich quer über die Brücke auf meine Seite rüber. Es hat keine grosse Rede gebraucht. Die Spannung zwischen uns hat nur so knistert und er hat mich kurz entschlossen zu sich heim geladen nach Neuan foltern. Gar nicht weit weg vom Elternhaus meiner Mutter in einer Mietwohnung an der Regulastrasse im dritten Stock von einem Mehrfamilienhaus aus den 40er Jahren, der stark an unsere Wohnung an der Bramstrasse erinnert hat. Es war eine leidenschaftlich sexuelle Begegnung. Da wurde auf einmal alles wahr wurde, was ich mir als Sexualität gewünscht habe. Ich habe mich hals über den Kopf verliebt. Es klingt absurd. Aber es war sein Hinterkopf. Dieser markante Hinterkopf mit den sauber gestrahlten dunklen Haaren, die hinten zu einem Entenfüllen zusammen gebürstet waren, haben auf einmal eine Welle von Zuneigung ausgelöst. Er war halb Italiener. Sein Vater ist aus den nord-italienischen Bergen gekommen und hat in Flums eine Schweizerin gehiratet. Einfache, aber herzliche Leute. Ein stämmiger, ursprünglicher, einfacher Mann mit grau-grünen Augen und einem markanten Kini war er, Felix. Ein paar Jahre älter als ich und geschieden. Er hat bei den Swissair Karriere gemacht und ist im Balzberg in der Chefetage gesessen. Nicht ganz oben, aber immerhin in einer leitenden Stellung. Er hat das interne Reisebüro für Angestellte geführt. Ich habe noch eine Zeit mit Elisabeth zusammen in der Anna-Peter-Cesar-Otto-AG gearbeitet. Dann aber haben mich meine Eltern wieder ins Geschäft zurück genommen, weil jetzt die Affäre mit Elisabeth vorbei war. So spannend und aufregend die Sexualität mit Felix am Anfang war, es hat eine von den schwierigsten und dunkelsten Zeiten in meinem Leben damit angefangen. Felix war nicht zufrieden, nur mit mir Sexualität zu haben. Er hat förmlich nach Abwechslung gelächzt. Angefangen hat es damit, dass ich beim Versorgen eines Anzugs durch ein Knisteren auf einen Brief in seiner Innentasche gestossen bin. Er war Englisch und ich nicht ganz alles verstanden, was drin stand ist. Es waren viele Komplimente und er aufgehört hat mit dem Satz «I'm looking forward to make love to you again». Ganz wörtlich habe ich das nicht verstanden, aber geahnt, was das bedeutet. Ich habe Milo angeläutet, einem älteren Kollegen von Felix auch bei Swissair gearbeitet und habe ihm den Satz vorgelesen, er soll mir übersetzen. Als Milo gemerkt hat, dass meine Stimme versagt, hat er versucht zu trösten. Das sei doch normal, so ein gut aussehender Mann wie Felix, der komme so viele Angebote über in Swissair, dass es direkt unnatürlich wäre, er würde nicht das eine oder das andere annehmen. Ich habe so gelitten, dass ich depressiv wurde und gleichzeitig vor innerer Spannung fast verzipfelt. Das Valium, das ich mir mit Mühe und Not während der Beziehung zu Elisabeth abgesetzt habe, kam wieder zum Zug. Aber meine Befindlichkeit wurde immer düsterer. Der Hausarzt meinte, ich müsse das Medikament umstellen und hat mir Anaphranil verschrieben, ein Antidepressivum. So verladen habe ich die Situation mit Felix mit Mühe und Not ausgehalten. Er hat mich dann einfach überredet, bei seinen Eskapaden mitzumachen, in den Park mitzukommen und zu schauen, ob jemand mit uns beit nach Hause kommt. Ich bin ihm so verfallen gewesen, dass ich mitgemacht habe und bin dabei immer unglücklicher geworden. Meine Migränenanfälle sind zurückgekommen. Ich bin von einem Spezialist zum nächsten gereicht worden und schlussendlich, wo alle schulmedizinischen Mittel nichts genützt haben, hat mir befunden, das sei psychisch, was ich da habe. in meinen Ohren klingt wie ich selber geschuld und irgendwie hat mir das auch eingeleuchtet und ich eingewilliget einen stationären Aufenthalt in der offenen Psychiatrie Station vom Zürcher Unispital zu machen. Der Dr. Willi, der mich dort betreut hat, hat mich einmal warten lassen in seinem Sprechzimmer und meine Akten auf dem Pult offen liegen lassen. Dort konnte ich lesen. Herr Christen ist ein feingliedriger, hochgewachsener, gut aussehender junger Mann mit tiefen braunen Augen, auf denen Frauen und Männer gleichermassen ansprechen. Und das hat dann auch gestimmt. Ich habe mich von Felix gelöst und habe die Monique kennengelernt. Wieder, wie dann zumal nach der Geschichte mit Kurt, habe ich das Gefühl bekommen, ich wäre mit einer Frau viel besser dran. Monique war auch als Patientin dort. Sie hat in der Hämodialyse vom Unispital gearbeitet. Es war eine zierliche, kleine, aber eindrücklich starke Frau. Blonde Haare, die streng zu einem Chignon zusammengebunden waren. Ich konnte mir gut vorstellen, wie sie furchtlos Nadeln in die Vene steckt und die Alyse-Maschine in Betrieb nimmt und überwacht, dabei freundlich aber bestimmt mit Patienten umgeht, die keine Extravaganze zuletzt, aber da ist, wenn man sie ernsthaft braucht. Sie hat mir Eindruck gemacht und ich habe mich um sie bemüht. So über die Ernsthaftes und Zuverlässiges hat mir geschahnen, das wäre doch jemand, um eine treue Beziehung zu haben. Und habe ihr es auch gesagt. Wir haben in langen Gesprächen einander unser bisheriges Leben erzählt. Sie war entscheidend von einem ungeschlachten erfolgreichen Geschäftsmann und hat wie ich gelitten und sich jedes Mal bei allem, was ihre Heilung war, sie schworen, sie käme nicht wieder auf ihn wenn er sie besuchen in seiner luxuriösen Limousine. Ich habe sie bis zum Einsteigen begleitet. Sie hat am ganzen Körper zittert vor Angst und Anspannung. Monique war immer wieder ganz bleich. Sie hat an Blutarmut gelitten und man musste aufpassen. Wenn man gesagt hat «Jesse, Monique, bist du bleich», ist es passiert, dass sie stand der BDO mächtig geworden ist. Den Grund dafür habe ich erst später erfahren, wo wir eine intime Beziehung zueinander eingegangen sind. Wir sind beide aus der Psyche entlassen worden und wieder im Alltag gestanden. Sie hatte eine kleine Wohnung hinter dem Klaus Platz. Da hat sie mit beten «Ich soll doch bei ihr schlafen. Sie habe Probleme und Angst allein zu sein, weil sie oft so viel Blut verlieren, dass sie im Schlaf ohnmächtig werde. Und dann könnte es sein, dass sie verblühte. Natürlich habe ich zugesagt, aber besonders wohl ist es mir nicht dabei. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich immer darauf gehört, ob sie noch schlafen. Ich erinnere mich noch immer mit Scham daran, wie ich am anderen Morgen früh auf den Bus gelaufen bin, um arbeiten zu und gewusst habe, dass ich das kein zweites Mal mehr machen möchte, weil gleichzeitig aber als Schwächling und Verräter vorkommen bin. Ich habe wieder im Geschäft meiner Eltern gearbeitet und hatte eine dreueckige Einzimmerwohnung an der Altstädter Strasse. Ja, sie war dreueckig, weil das Haus an einer Kreuzung standen, die quasi eine Ecke vom Haus abgeschnitten hat. So hat man die Vorderfront einfach zu einem riesen langen Feister gemacht und im Dreueck, der dahinter war, war der Raum mit einer Kochnische und mit einem kleinen Bad. Ich den Schüll kennengelernt im Sonnenbad Dolder. Jetzt war ein kokettes Sexabenteuer, wo dann doch ein ernsthafter Versuch, eine Liebe zu leben daraus geworden ist. Es war überhaupt eine schwierige Zeit für mich. Ich war depressiv, dass es nur so geklöpft hat. Wenn ich allein im Geschäft war, war ich oft wie gelähmt. Ich glasig vor mich hingestarrt. Es hat mich fast unmenschliche Anstrengungen gebraucht, die nächste Rechnung, die nächste Offerte in Angriff zu nehmen. Nur das Telefon oder jemand, der in den Laden kam, konnte mich aus meiner Lethargie rausreissen. Eine bleierne Müdigkeit und eine Uhr, die eine Ewigkeit nur eine Minute vorgerutscht ist. Jules war zwar rasend eifersüchtig, hat mir sogar vorgeworfen, zum Fräulein in der Bäckerei rede ich genauso liebevoll wie mit ihm und das vertrage er nicht. Andererseits ist ihm meine Anhänglichkeiten aber immer wieder zu viel geworden und er wollte mich tageweise nicht sehen, keinen Kontakt mehr mit mir. Es ist nach so einem bleischweren Tag ohne Aussicht der Schülz gesehen passiert. Ich habe ein Bad einlaufen lassen. Ich habe in meiner Perspektivenlosigkeit den Haufen zusammen amüsiert, was ich an Schlaf- und Beruhigungstabletten hatte, habe das Zeugs handeleweise geschluckt und runtergespült und bin in die Badewanne gelegen, um die nicht vorhandene Perspektive zu beenden. Verwacht bin ich wieder auf meinem Bett, weil ich zünftig an den Achsel gerüttelt worden bin. Der Schülz ist vorbeikommen, weil er gewusst hat, dass ich zu Hause bin, aber das Telefon nicht abgenommen habe. Er und ein Arzt sind neben meinem Weg gestanden. Man musste mich ins Spital bringen, den Magen auspumpen. Ich hörte wie durch einen Nebel und das Nächste war, dass der angekündigte Schlauch mir im Hals weht hat und ich offensichtlich im Spital war, weil es war alles ringsherum weiss. Am nächsten Morgen fragte man mich, ob ich das sicher nicht nochmal mache und ich habe ganz brav gesagt, nein, nein, das hat mich gehen lassen. Ich war mit einem Taxi nach Hause in die Wohnung an den Resten, die ich noch hatte. Das war wesentlich mehr als am Vortag in ein Glas mit Wasser ein dick Brühe angerührt. Ich bin wieder in die Badewanne gelegen, das Mal habe ich noch Kalium per Manganate ins Wasser getan. Von dem habe ich gehört, dass wenn man drinnen bad immer braun würde. Das Wasser war ganz dunkel violett rot, das mich zum zweiten Mal gefunden hat. Er hat einen Heiderschreck bekommen, weil er zuerst meint hat, ich habe mir die Pulsadere durchgeschnitten. Er hat mir nachher erzählt, dass er mir wieder probiert anzuläuten, um zu schauen, wie es geht. Als ich schon wieder nicht abgenommen habe, habe er meiner Mutter ins Geschäft anzuläutet anzuläutet, das nur ein paar hundert Meter weg war. Sie soll doch schauen. Aber meine Mutter sagte nur, sie sei allein im Geschäft und nicht weg wegen dem Telefon und der Kundschaft, die kommen könnte. Da hat er sich selber auf den Weg gemacht. Diesmal hat es mir aber gelangt. Ich konnte protestieren, wie ich wollte. Der Arzt hat darauf bestanden, dass er mich in die geschlossene Abteilung von Burg Hölzli bringen musste. Dann bin ich wieder weggetaucht und wieder am schmerzhaft würgenden Schlauch in meinem Hals verwachet. Er muss dicker gewesen sein als der Erste und vor allem hat den Pfleger, der ihn reingeschoppt hat, richtig Gewalt angewendet. Fertig mit der Momodöse. Der Schmerz hat das nicht mehr zugelassen. Kaum war er draussen, hat mich zwungen aufzustehen. Ich habe mich ganz verschrocken, am nächstbesten anklammert, weil meine Beine gar nicht mitmachen. die zu Türen boxiert. Dort hat einen Innenhof gehabt, einen Kiesplatz mit diagonal drüber einem platten Wägel. Schmerz soll jetzt dort überlaufen, ist kommandiert worden. Das gehe ich doch nicht, habe ich gestammelt. Aber das haben sie nicht hören. Das gehe ich schon, ich soll jetzt gehen. Es war eine fast unmenschliche Anstrengung wie in einem Albtraum, in dem man laufen will und es geht nur ganz zäh und langsam. In meinem vernebelten Bewusstsein kam die Frage auf, ob das ein Test sei, ob der Patient in die Pflegeabteilung geleitet werden oder ob man in die Abteilung bringe, die sind, die den Tag durch auf sein, laufen, sitzen oder stehen. Es hat mir eine Ewigkeit geschunden, aber ich habe die Türe an der anderen Seite des Hofes erreicht und bin dort von einem Pfleger in Empfang genommen. Er hat mich auf die geschlossene Abteilung gebracht. Die geschlossene Abteilung waren zwei grosse Säle. Im einen ganz weiss gedünkt, sind die Beter gestanden, mindestens 20. Im anderen, der mit dunklem Holz war, hatte das Bänk die Wand entlang und davor ein paar Tische. Ich habe im Schlafsaal ein Bett und einen Kasten zugewiesen bekommen. Dort habe ich meine persönlichen Habseligkeiten, das Toilettenzeug und die Kleider, die man offensichtlich eingepackt hatte, versorgen. Alle spitzigen Gegenstände und länglichen Sachen wie Gürtel oder so sind wir weggenommen worden. Man hat damit mich und meine Mitinsassen wahrscheinlich vor mir selber schützen. Tagsüber hat man nicht ohne Erlaubnis ins Schlafsaal durften. Liegen konnte mir dann in Nacht mitteilt bekommen, wo ich ganz spontan ins Bett wollte. Weil man immer noch Hundeelend war. Man hat mich raus gekommandiert. Die harten Bänke der Wand entlang waren so unbequem wie die Kielerbänke bei meiner Konfirmation. Mit dem Unterschied, dass die in 1,5 Stunden vorbei war, dass hier aber den ganzen Tag dauerte. Es hatte die Feister Simes, die Breite, weil die Mauern so dick waren. Da hätte ich es bequemer gehabt, dachte ich. Ich könnte an die Wand anlehnen und die Füsse ziehen. So in einer Nische Huren und ausserdem durchs vergitterten Feister ein bisschen rausschauen. Aber nichts war. Schon beim Versuch raufzuklettern kam der Pfleger im Stechschritt auf mich zu und hat mich daran gehindert. Das sei nicht erlaubt. So habe ich mich wieder auf der Bank gesetzt und weil das so unbequem war und mir den Rücken weh da hatte, habe ich wenigstens den Ellenbogen auf einen Tisch gestützt und dann den Kopf rein. Ich war nicht der Einzige, der so da gesessen ist. Die Abitüden haben die Haltung, die etwas total Entmutiges ausgedruckt hat, schon lange entdeckt. Jetzt bin ich einer von ihnen gewesen. Den Tag durch haben es, wenn wir insassen, Teller, Löffel und Gläser weggeräumt hatten, grosse Kartonschachteln auf den Tisch geknallt. Es hatte Plastiktragtaschen drin. Die schwarzen, auf der Innenseite hohlen Bügel mit je zwei Zäpfchen und gegenüber das Gegenstück mit den entsprechenden Löchchen sind zwar schon drangeschweisst. Man musste sie aber noch zusammendrücken, damit sie mit einem leisen Knack zugeschnappt sind, wie Osterhason vor dem Schokolade einfüllen. Ich habe nach einem Arzt verlangt. Ich wollte mit jemandem sprechen, erklären, warum ich so weit gekommen sei. Aber die Arztvisite war erst auf den nächsten Tag angesagt. Da habe ich mich angefangen herumzuschauen im Raum, nach über dem Suchen, wo ich reden könnte, weil die Pfleger sind so abweisend und beschäftigt gewesen, haben ständig mit ihren Schlüssel geklappert und sind x-mal durch die ebenfalls vergitterte Türe raus und wieder rein. Es sind vor allem viele ältere Männer im Raum gewesen als ich. Alle ganz in sich verschlossen. Niemand hat jemand anders angeschaut, niemand mit jemand anderem geredet. Ein jüngerer Mann hatte es gehabt, ein Hagerer mit langen strähnigen blonden Haaren. Aber dieser hatte so einen ängstlichen und gleichzeitig stechend unruhigen Blick, dass ich mich nicht dafür gehalten habe, ihn anzusprechen. Die Nacht im Schlafsaal war auch eine Tortur. Das Licht wurde zwar abgelöst, aber eine bläuliche Lampe mitten im Saal blieb. Die ganze Szene in ein gespenstisch blasses Licht tauchte. Es war die ganze Nacht unglaubliche Unruhe, von regelmässigem Schnarchen über gelegentliche Seufzer und Gestöne bis zu auffahrenden Schrei und unverständlichem Gemurmel. Ich wusste nur eines Ich will hier so schnell wie möglich. Das sagte ich auch in der Arztvisite am nächsten Tag. Da kam ich aber am Falschen. Ich schreibe mir das selbst zu, schreiben. Zwei Selbstmordversuche segen genug. Ich verspreche, was ich will. Zuerst sie mich beobachten und ab morgen muss ich zu der Frau Doktor sowieso in Therapie, dann sehen wir wie die verlaufen. Erst dann können wir über den Zeitpunkt meiner Entlassung diskutieren. Ich weiss heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich kann all meine Intelligenz, meine Kreativität und meinen Charme eingesetzt, um der Frau Doktor zu gefallen und sie davon zu überzeugen, dass ich da nicht am richtigen Ort und dass mir das schon leer sage, ich mache bestimmt nie mehr so einen Blödsinn, nur schon aus Angst, wieder hinzukommen. Auf jeden Fall hat mich ein paar Tage später den Schül wieder abholen und mich nach Hause bringen, indem er versprochen hat, auf mich aufzupassen. Es gibt ein Foto aus dieser Zeit. Ich habe ganz kurz geschorene Haare, weiss aber nicht mehr sicher, ob sie in der Klinik gemacht oder ob ich selber zum Coiffeur bin. Es ist auf dem Balkon beim Schül zu Hause. Ich habe die junge Siam-Katze, die ich nach einer altägyptischen Königin Teie taufte in den Händen, habe sie neben meinem eingefallene bleiche Gesicht und wir schauen zusammen in die Kamera. Wir sind uns ähnlich in unserer Hagerkeit, aber auch im Blick, der unergründlich tief, aber ausdruckslos ist.